Hallo, jetzt kommt der dritte Teil der Embossing Reihe und jetzt zeige ich euch schon mal so die Spezialitäten, mit denen ihr dann mit dem Embossing Pulver so richtig viel anfangen könnt. Also die ersten beiden Videos, die waren ja mehr so über die Grundlagen. Dabei zeige ich euch auch gleich, wie man einen Stempel reinigt, nämlich hier mit solchen feuchten Tüchern. Ich habe euch das auch nochmal genau aufgeschrieben. Feuchtetücher, Glasreiniger, einfach je nachdem wie hartnäckig die Stempelfarbe ist. Einfach nur mit Wasser, mit einem angefeuchteten Tuch, einem Schwammtuch oder man kann auch mit Fensterreiniger die permanenteren Farben reinigen und dann auf jeden Fall hinterher abtrocknen. Ja, hier in dem Fall mache ich das mit einem alten Fottetuch. Man kann ja immer das Gleiche nehmen, dann auch wieder waschen und das wird schon mal fleckig, je nach Stempelfarbe. Es ist halt wichtig, dass der Stempel dann auch trocken ist, damit ihr euch nicht mit einem feuchten Stempel dann das Stempelkissen verunreinigt. So, und jetzt hier in dem Fall stempel ich mit einem speziellen Embossing Stempelkissen. Da hatte ich ja in der zweiten Folge schon von erzählt, dass ich euch das jetzt zeigen will. Ich mache das jetzt wirklich mal ganz neu auf. Die Firma ist jetzt wurscht egal, weil die Dinger sind eigentlich von jeder Firma gleich. Das ist so ein Schwamm, wieder so ein Weicher, der übersteht. Ja, wie ich im ersten Teil erzählt habe, alle Motiv Stempelkissen stehen etwas über, damit man jeden beliebig großen Stempel damit einfärben kann. So, in dieser Embossing Stempelkissen, da ist eine ganz klare, durchsichtige Flüssigkeit drin, die noch länger trocknet als eine Pigment Stempelfarbe und daran bleibt der Stempelpulver noch länger hängen. Das ist ganz praktisch, dann muss man sich wirklich überhaupt nicht beeilen und kann sich ganz viel Zeit lassen. Und um jetzt wieder den Effekt der verschiedenen Pulver zu zeigen, mache ich jetzt hier wieder zwei verschiedene Pulver drüber. Einmal das durchsichtige Pulver und dann ein silbernes Metallic-Pulver, ein glänzendes Pulver. Nur mehr zum zum Erhitzen erzähle ich euch im ersten Teil der Embossing-Reihe und wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das bitte an. So, und hier sieht man wieder, dass rechts das silberne Pulver den Abdruck abgedeckt hat und links das klare Pulver auf einem klaren Abdruck ist eigentlich fast unsichtbar, hat aber einen Effekt, den ich euch dann in weiteren Videos zeigen werde. Und ich werde dann mich auf dieses Video hier beziehen, dass ihr dann gesehen habt hoffentlich. So, und hier kommt meine Auswahl an den Embossing-Stiften. Im Prinzip braucht ihr nur einen, wenn ihr eine Gold- oder eine Silberschrift machen wollt, passend zu einem Stempelabdruck auf einer Karte. Und ich habe jetzt aber viel und ich zeige jetzt euch auch warum. Weil man nämlich verschiedene Farben auch miteinander kombinieren kann. Erstmal zeige ich, wie man schreibt. Und dafür haben diese speziellen Stifte meistens zwei, also eigentlich immer zwei Spitzen. Eine schmale Spitze und hier diese breite Spitze, die ist wie eine Bandzugfeder aufgebaut. Die hat die Form, sodass man so eine Kalligrafie-Schrift damit machen kann. Und auch hier werde ich wieder zwei Pulver verwenden, um euch den Unterschied der Wirkung zu zeigen. Weil man braucht für diese Silber- oder Goldpulver, die ja deckend sind, wie ich im zweiten Video erklärt habe, nur einen Stift. Denn egal mit welcher Farbe man drunter geschrieben hat, wird es immer silbern. Und damit ihr seht, dass ich auch eine bunte Schrift machen kann, kommt dann das durchsichtige Pulver drüber. Hier nochmal ohne Schmelzen. Ja, vor dem Schmelzen. Es muss hier geschmolzen werden, wie ich euch erklärt habe. Ich schmelze es dann jetzt mit meiner Heißluftpistole. Auch dazu mehr im ersten Teil der Reihe. Und zeige euch dann, dass, wie schon bereits erklärt, auch das Pulver auf dem Stift auch unterschiedliche Effekte erzeugen kann. Also all diese verschiedenen Pulvereffekte, die ich im zweiten Teil gezeigt habe, kann man natürlich jetzt auch mit den Stiften kombinieren. Hier rechts wieder das deckende Silberpulver und links das durchsichtige klare Pulver. Aber der Abdruck ist jetzt so ein bisschen erhöht. Ja, sieht man jetzt sehr gut. Erhöht und glänzend. Wieder aufräumen. So, und jetzt zeige ich euch, warum ich so viele Farben habe von den Embossing-Stiften. Klar, einmal bräuchte man eine Farbe, die einem gefällt. Wenn man da mit klarem Pulver drüber gehen will, hat man diese Farbe mit einem glänzenden Abdruck, aber man kann mit den Stiften nämlich auch ausmalen. Und das ist ein super klasse Effekt, wenn man sowieso schon Pulver hat und die Stifte hat, warum dann nicht auch damit ein Motiv ausmalen. Und das zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich jetzt erstmal den Abdruck mit klarem Pulver embossed, damit der wasserfest ist. Weil es ist nicht nur hübsch, sondern auch nützlich, wenn man Abdruck embossed, weil man dann mit feuchten Stiften drüber malen kann. Denn diese Embossing-Stifte sind ja feucht. Die bleiben lange feucht. So, und jetzt gehe ich, um einen Farbverlauf zu erzeugen. Erst mit einer dunklen Farbe an den unteren Teil des Motivs und vermahle dann mit der helleren Farbe, hier mit dem Gelb. Man muss auch keine Sorge haben, dass man sich den gelben Schiff versaut, weil, wie man gleich sieht, während ich male, zieht sich quasi diese rote Farbe wieder raus und das Gelb kommt wieder zum Vorschein. Und der Stift wird dann immer wieder sauber. Also wenn da noch ein Rest rote Farbe dran ist, dann macht ein paar Striche auf dem Schmierblatt, dann ist der wieder perfekt gelb. Jetzt, ah, jetzt wollte ich schon klares Pulver drüber machen, aber nein, es geht ja noch schöner. Jetzt mache ich glitzerklares Pulver drüber. Auch das habe ich euch im letzten Video erklärt und habe dann noch einen zusätzlichen schönen Glitzereffekt. So, wenn ich das Ganze jetzt schmelze, ich habe ja transparentes Pulver genommen, kommt wieder der Stift, die Stiftfarbe zum Vorschein, aber das ganze Motiv hat dann so einen glänzenden und zusätzlich noch glitzernden Überzug. Das ist doch klasse, oder? Ja, und außerdem ist das Wasser fest und sieht so ein bisschen, ja, lackiert aus. Ja, ich habe euch lieb. Und wollt ihr noch ein paar Behind the Scenes sehen, so wie ich hier gearbeitet habe? Hm? Untertitelung des ZDF, 2020